Dieses Video präsentiert Ihnen der Goi-Boote Herrenberg. Jetzt befinden wir uns hier am Bromberg an der Aussichtsplattform Falkenkopf. Der Bromberg ist die höchste Erhebung im Naturpark Schönbuch mit etwa 580 Meter. Hier sind wir schon wieder ein Stückchen weiter unten und wir haben hier eine wunderbare Sicht auf den Wald hier, die allerdings jetzt schon ein bisschen beeinträchtigt wird. Hier kommen wieder die Bäume nach Pappeln und Birken, die beeinträchtigen schon wieder ein bisschen die Sicht. Das ist aber ein sehr beliebter Aussichtspunkt, wo die Wanderer hier auch eine kleine Rast machen können.